Hallo und herzlich willkommen. Zurück bei Karsak Precious. Du Penis. Was sollte ich machen? Nein, 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 nein. Achso. Wir werden dich schon hören. So, hier nur mal so, um es zu zeigen. Ich brauche die Reliquien, bevor wir die Siege setzen können. Warum braucht ihr die eigentlich? Man weiß es nicht. Ähm, damit wir weiterkommen. Ist doch klar, der Kompass, damit wir wissen, in welche Richtung das Steuerrad hat, damit wir steuern können und das Fernglas landet in sich hier. Ach, halt einfach deine Klappe. Ey, lass uns einfach weiter. Okay, ja. Mann, Mann, Mann. Ey, du kannst ja auch endlich drücken. Ich weiß, ich kann alles. Und die Musik, da ist die Musik dazu. Oh, der Dino, der Dino ist meiner. Das ist meiner, das ist meiner. Geh weg. Ich kann gar nicht rauf. Aua. Ah, jetzt. Du Penis. Ich steh noch falsch. Verpiss dich von dem Dino. Das ist meins. Ja, ich wurde gerade bei der Aufnahme gestört. Dieser König, der ist auch so geil. Haha. Help. Ich hab ein Tier, Mann. Ich hab ein Dino. Dino. Dann mach mal den fetten Typen da da und der nervt. Ja, mach ich doch. Geh richtig auf die Stresssicht, ja. Richtig auf die Stresssicht. Warum geh ich gerade so ab, Alter? Das ist ja mal obermauer. Jetzt bin ich runter. Was war das? Wo bin ich? Ach, da. Ich glaub, jetzt hat er gewonnen. Nein, mein Dino. Jetzt kommen wir einfach weiter. Kriegen wir noch so. Hui, ich hab ein Dino. Dafür hab ich den. Hui. Oh nein. Äh. So. Merke, man kann nicht tüpfen. Mach den Dino. Renn doch einfach durch. Mach ich doch. Ja, so wie ich. Auf. Okay, das war's dann. Ich hasse diese Bogen-Typen. Das ist einfach... Uah. Ich mag den Dino. Warte, ich komm. Ah. Nein. Nein. Oh, wir gehen jetzt in den Busch. Warte, warte. Nicht weiter. Nicht weiter. Lass mich hier erstmal raus. Da summt nämlich was. Warte, da summt was? Der guckt doch, da... Hier war doch das... ...Tierchen. Guck. Oh, das hab ich gerade gesehen. Das hast du beim ersten Mal gefunden. Lohl. Aber wir haben bestimmt aus Versehen. Ja, bestimmt aus Versehen. Wir wollen ja alles mit ihm. Der Dino geht voll ab, ey. Wollen wir auch noch sagen, was die Tierchen... ...für Special Effects haben oder sowas? Ja, das können wir ja dann zeigen. Ja, stimmt auch. Schon. Meiner. Oh, der Dino. Ich klau dir alles. Alles. Der Dino. Oh, guck mal. Okay, wir müssen die Prinzessin retten. Der Wursch. Wo ist mein Dino? Erstmal wegschmeißen. Ja, ich glaub, der ist tot. Ich wollte die Münze haben. Oh nein, ist das der Teil, was ich jetzt denke? Ja, aber solche Witze können wir lachen. Ja. Auf jeden Fall voll Niveau, voll Niveau voll. Ich sag dazu einfach gar nichts mehr. Ach ja, das war ja was. Ich gehe mit dem Gras. Ja. Kommt gleich auch, du weißt schon was? Ich weiß es nicht. Meine Kiste, meine Kiste. Warum können wir Kiste? Ja, das ist eh nur eine Scheißwaffe drin. Nein, die ist besser als meine jetzige. Nein. Achso, wir müssten da mal Waffen auswägen gehen, ne? Warum krieg ich die mich auch mal? Ah ja. Au. Was hatten die so schön, ne? Oh ja, die nehm ich. Plus zwei. Mann. Ernsthaft, jetzt? Mann. Ich muss doch noch den Arsch ritten hier. Nein, musst du nicht. Das kann ich schon selber. Äh, warte, ich komm gar nicht klar. Jetzt wieder. Ich bin links, du bist rechts. Ja. Ja. Das hab ich jetzt auch mitbekommen und warum gehen die hier so ab? Oh. Blablab. Alter, wie bist du nur auf Level 5 so schnell gekommen? Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich hab dann welche G's an. Ich muss dann, glaub ich, mal ein ganz bestimmtes Tier nehmen. Wir müssen danach mal in den Shop. Nee, den hast du ja noch nicht freigeschaltet. Doch, hab ich. Nicht mit dem Charakter. Der hat aber trotzdem schon freigeschalten. Echt? Ja. Das wär kacke, wenn ihr von jedem Spielstand was übernimmt. Da, da, da. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab grad wirklich so den Kopf gedreht, wie das so weggegangen ist. Hahaha. Warte, ich bin nochmal runter. Hier ist noch da. Nee, doch nicht. Das ist einfach so geil. Hier ist noch ein Tier. Du kannst meins nehmen. Das ist ein Seepferd, hab ich übrigens rausgefunden. Das ist kein Seepferd. Das ist ein Seepferd. Das ist ein Seepferd. Sieht man doch. Mensch. Kartoffelecke, Mann. Kartoffelecke, Mann. Erstmal wegwerfen. Au. Oh, ich hab grad nichts. Weil ich grad gedacht hab, ich bin der Rote. Ja, das geht mir auch öfters so. Ah, ein Tierchen. Oh mein Gott, Urwaldmenschen. Was? Was? Urwaldmenschen? Das ist kein Urwaldmenschen. Das sind Schlo. Fuseln, die leben unter deinem Bett. Nein, sie verfolgen mich auch ins Spiel. Wie die einfach zerfallen, das ist einfach. Hier, guck mal, dahinter liegt, ist auch so ein Ding. Das ist auch ein Tier. Aber ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Warte mal kurz. Ne, die ist nicht so cool. Willst du die hier haben? Ne, brauche ich nicht. Ne, Agilität. Ne, Agilität, wer warst du dich? Ne, ne, ich geh nicht mehr auf Agilität. Ich geh jetzt auf, auf was bin ich denn noch nicht gegangen? Auf Stärke. Stimmt. Auf Stärke, wie ich denn. Echt ne Kackfolge. Ja, so musst du sie auch nennen. Das kommt übrigens mit dem Boss ganz gut hin. Fällt mir grad so auf, ne? Ja. Ja. Mach ich mal kalt hier, so. Vielleicht kriegt man dafür ein Achievement. Ne, ich weiß es nicht. Der wäscht erst mal welche. Mach ich auch. In so einer Dibeskilde. Würde ich das Tag für Tag machen. Wir müssen gleich erst mal zum Verladen. Ein bisschen Heiltrendkunde kaufen, ne? Ja, und zum, zum Ding. Zum Schmied. Ja, ja, nee. Das ist eigentlich nicht. Geld, nein. Also ich brauch nicht so. Äh, die laufen schon alle weg. Oh Gott, ein großer. Das ist der Bossfussel. Ja, ein großer. Ja. Warum läuft der weg? Der Bossfussel. Fight, der ganze Bossfussel. Wow. Ist ja schnell. What the fuck? Warum läuft der dauernd weg? Das ist doch... Ja, und warum level ich so schneller als ich? Das ist alles nicht dran. Weil ich geil bin. Oh. Ich weiß es gerade auch nicht. Warum level ich schneller als du? Liegt das vielleicht mit Agilität zusammen? Nee, das war mir nicht. Sicher? Das ist nur Bogenschützen und schneller laufen. Äh. Ähm. Okay. Hallo. Okay, jetzt gehen wir rein. Okay, das ist gar nicht. Oh ja, meine Lieblingsstelle. Hm. Was ist... Ja, was ist das? Du hast das kackende Reh. Oh ja. Du... Ja, warum krieg ich hier mal... Nein, warum krieg ich hier mal das kackende Reh? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, ich bin nicht früher gesprungen. Meine Nase juckt... Oh, scheiße. Nöp. Wir müssen uns jetzt konzentrieren in die Mitte. Genau. So. Ein bisschen Konzentration, bitte. Pfff. Kacke. Oh, damn it. Aber bleiben wir noch... Ah, nein! Wenn du es wieder verkackst und es alles an mir hingleibt, der dann passiert. Ich verkack's schon nicht. Nur weil ich das kackende Reh hab. Wir sind ja gleich durch. Nein, sind wir nicht. Da sind wir da. Nein, sind wir nicht. Du wirst an den, warum ich jetzt so schlecht bin. Eben hab ich es nochmal ohne alles geschafft, um es anzustoßen. Ja. Das ist, äh... Das liegt alles an dir. Genau. So schaut's aus. Oh, siehste. Was ist da los? Ja, ist gleich vorbei, ne? Ist gleich vorbei. Ja, jetzt doch das... Jetzt doch, genau. Ja, jetzt ist doch vorbei. Was hast du denn nur, man? Man, nach drei Sto... Null. Null. Ach nein. Oh, nee. Oh, nee. Ich wollte mal sagen... Kann ich... Kannst du auf Pause gehen? Hatt, 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 hatt. Nee, ne? Ja, aber ich kann auf Pause gehen, aber nicht Pause machen. Äh, gut. Äh, dann will ich nur sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das passt jetzt gerade so gut rein. Ball dich, ball dich, ball dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.